Hey Shosh, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. Ich habe gerade eine Diskussion hinter mir, nämlich ob wir uns ein 500 Dollar Poké-Dollar Carpador kaufen sollen. Ich habe mich für Nein entschieden, weil ich habe das Gefühl, das ist als würdest du dir ein VR-Headset kaufen. Es ist nur für den Moment toll und dann denkst du dir, boah, hätte ich mir mein Geld anders investiert. So, Fakt ist, Mondberg. Hier werden wir eine Weile sein. Von daher, buckle your pants, hier werden wir ein bisschen bleiben. Ich bleibe mal so, weil Killer Queen auf 16 wäre schon mal irgendwann ganz nice. Ein Zubat. Es ist ja fast so, als hätte ich es erwartet. Ich will aber kein Zubat. Golbert ist fucking Nightmare Fuel. Blutsauger. Suck. Das war ein Volltreffer. Süß. Slash. Blutsauger. 3 AP ist ja richtig knuffig. Slash. Wir werden jetzt einige von den Viechern hier haben. TM12? Das ist TM12. Aquaknarre. Nein, nein, nein. Okay. Keiner darf Aquaknarre lernen. Okay, hab's begriffen. Oh Gott, warum ist die Blutsauger-Animation so elendig lang? Oh nein. Oh nein. Well, well. Okay, Killer Queen ist zu schlau für sowas. Killer Queen passiert so ein Geherze nicht. Du denkst, du bist sehr schlau, aber ich bin dumm. Außerdem, ja, ich will Enton. Das ist, das ist more important. Deswegen Garados schön und gut, aber ich will einen Enton. Enton. Außerdem will ich, ich vermisse Aspirin. Wenn meine Capture Card nicht bastelt, würde ich auch tatsächlich Pokémon Sonne weitermachen. Oh, ich vermisse Aspirin. Das klingt schlimmer, wenn man das so sagt, als das eigentlich sein soll. Das ist, als wäre ich irgendwie auf einer Droge namens Aspirin und könnte nicht aufhören. Oh shit. Oh, herz, not this, buddy. Oh yeah. Stimmt, Gift ist effektiv auf Käfer. I forget all the time. I forget all the time. Du schon wieder. Du effektloses Misting. Wow. Suck. Ne, ich vermisse ehrlich gesagt. Ich habe Pokémon Sonne unglaublich gern gespielt. Aber das ist ja, wie gesagt, ne. Ich muss mal gucken. Vielleicht kann ich die noch retten. Ich hoffe es. Und meine Kumpels müssen gleich hier sein. Deine Kumpels. Ich will nicht wissen, was ihr hier macht in dieser Höhle. Möchte kämpfen. Oh ja, der Fat Controller. Wie ich ihn vermisse. Yes, ist vergiftet. Das passt jetzt hier ziemlich geil rein. Vielen Dank dafür. Okay, ich glaube, ich muss hier mal doch... Ich vertraue dir, Bird Person. Ja, okay, gut. Ich habe keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich, was hier Qualität bei Twitch ist. Das ist manchmal... Sometimes it is. Weh, weh. Oh ja, den Fat Controller. Och Mann. Ich hatte so schön... Ich hatte so tolle Pokémon in Pokémon Sonne. Deswegen, das wird umso witziger... Wenn das tatsächlich irgendwann mal wieder funktioniert. Brr, brr. Ratz, Ratz. Puff, au. Ja, da muss ich dann doch aus. Das ist zwar jetzt absolute... EXP-Verschwendung. Ja, Bird Person ist nur eine leichte Rick and Morty-Referenz. Aber nur eine leichte. Eine ganz leichte. Gelaqueen erreicht Level 16. Valoran? Oh, verpiss dich. Oh, shit. Gelaqueen entwickelt sich. Der Hamster digitiert. Ich glaube, mein Hamster flötet. Und es ist ein sehr, sehr hässlicher Hund. Ich bin immer noch stolz auf Gelaqueen. Davon mal abgesehen. Ich gehe nur trotzdem noch mal kurz raus. Und, äh, ne. Wenn wir hier gerade noch zu Anfang sind, ist es ja kein... Wow. Da war gerade das Zeit- und Raum-Kontinuum kaputt. Sorry dafür. Passiert ständig. Oh, für Fukano habe ich schon einen Namen. So nenne ich eigentlich viele meine... Äh, einige meiner Feuer-Pokémon. Aber eigentlich auch nur die, die ich gern habe. Und damit meine ich nicht rollberg. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Kommt so ein Zubat zu dir, das heißt Kaiju oder sowas. Okay. Wie wäre es, wenn wir mal... Äh, ihr seid alle Level 16. Pack mal Bird-Persen nach vorn und wechseln sie sonst nochmal auf Katschuppi. Das ist gerade... Weil Zub... Ihr kommt nur zu, weil ich weiß, dass hier auch Kleinsteins sind. Und ich hätte liebend gern einen Kleinstein. Also einen wirklichen... Ich hätte gerne einen Kleinstein. Kleinstein, toll. Georock, toll. Ich meine, das sieht aus wie ein dicker Stein. Einfach nur. Ja. Das ist Kleinstein. Das sieht aus wie ein Stein mit Hirn und Arm. Das ist... Totally weird. But I like weird stuff. Midorina kann Aqua knarre? Das wäre sogar gar nicht mal so unhandy. Echt jetzt? Gaudi? Okay, warte mal. Das checken wir gleich mal ab. Das wäre auf jeden Fall praktisch. Ich meine, ich wüsste nicht, wen mich sonst Aqua knarre geben sollen. Tüten tun. Wäre alles irgendwo eine ziemliche Vergeudung. Äh, Items. TM12. Aquaknarre aktivieren. Tatsache. Killer Queen kann das. Welcher Tackel soll vergessen werden? Fuck, Heuler. Awesome. Awesome. Nach dir habe ich doch gesucht. Stein mit Hirn. Wie schwäche ich dich jetzt nur am besten? Ich glaube, Killer Queen kriege ich das hin. Ich will Zubat aber nicht. Zubat doof. Zubat muft. Warum habe ich das versucht? Ich glaube, das bringt uns alles nicht weiter. Ein Aquaknarre dürfte eigentlich schon Overkill sein. Aber kann ja mal gucken. Ja, war zu viel. Schade. Das war zu hart. Aber gut, es ist ja nicht so, als ob wir hier gleich aus dem Mondberg rauskommen oder so. So, das Ding ist ja fucking huge. Kleinstein ist like, what up, man? What's going? What's pumping? Moin? Jetzt hätte ich gerne so einen Kleinstein mit so einer Goldkette. Mit so Goldketten und gestylt wie 50 Cent. Das wäre definitiv normal, ja. Das wäre definitiv normal. My Persons Level 10. Das ist schön. Oh shit, der hat mich gesehen. Ey, da schleich ich nicht so herum. Willst du mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe, du Creepstreber? Magnetelo. Oh fuck. Ja, get the fuck out. Was ist denn hier los? Muss Pokémon LP halbwegs angemessen honorieren. Und was gegen Chris' Vormachtstellung unternehmen, ist gleich. Ey, Kammer, danke dir für die Spende. Vielen, vielen Dank. This should work. Zumindest ein bisschen. Oh mein Gott, Gobble sieht so schrecklich aus aus der Perspektive. Es sieht so tot aus. Oh mein Gott. Voltoball. Oh shit, it's pissed. Geslappt. Whopper. Kabam. Volltreffer. Bitte was drauf ein, Gobble. Oh, ein Pokémon bringt es nie. Bring es. Hashtag bring es. Oh, ein Trank. Nice. This might come in handy. Urgh, Zubat, really. Du, du willst es wirklich, ne? Katschuppi. Would you kindly. Oh, yeah. Hat's ja nicht seitdem zwischendurch... Äh. Können wir gleich mal gucken inzwischen den Aufnahmen. Einen Sonderbobben. Einen Sonderbobben. Papp, papp. Wobei jetzt mit dem letzten dürfte eigentlich, äh... Können wir ja gleich mal checken. Wir gucken das zwischen der Folge mal. Aber wir... Hier werden wir noch einiges... Hier im Mondberg werden wir noch ein bisschen hängen, leider. Es kaff. Von daher, das, äh... Hier werden wir leider noch ein bisschen sein. Aua. Gepäff. Stimmt, Schnabel ist eine Flugattacke. Weil jedes, äh... Flug-Pokémon Schnabel kann und ein Schnabel hat. Und das ist dann ausgehend eine Flugattacke. It's weird. Du, das kann sogar Bird-Person hier regeln. Hier klärt Bird-Person. Bird-Person Level 11. Nice. So langsam... Machen wir Fortschritte. O.B. Kepäff. Ja, stimmt. Goldini kann auch Schnabel und dann ist es auch eine Flugattacke, was total merkwürdig ist. Die Pfeffel. And it's dead. It's dead. Baba-na-ba-ma-da-bi-di-ba-ba-du. Ich bin scheiße. Okay, gut. So, bitte einen kleinen... Dick. Ey, ich hab echt keinen Bock mehr auf dich, Zubat. Hab ich das mal erwähnt. Ich hab langsam echt die Faxen, Dicke. Mal ganz ehrlich, Zubat. You can piss off. Das Gorgler ist auch cool. Natürlich kann's Guillotine. Ein Fluchtseil. Ein Fruchtseil. So, warte mal. War hier... Ach, du schon wieder. Alter. Du penetranter... Fuck. Mein gut, dass wir hier Katschuppi haben, ne? Und dass Katschuppi hier mehr Arbeit macht als... Gobbel? Gott, wir müssen auch mal fair sein. Gobbel macht ja... Er trägt sein Gewicht, was eine Menge ist. Für seine Gobbel-Verhältnisse. So, musste ich jetzt hier lang, oder? Geht's hier weiter, oder bin ich jetzt doof? Ich hoffe, ich bin jetzt hier... Ich hoffe, ich bin jetzt nicht doof. Oh, man. Bin ich jetzt hier richtig, oder bin ich hier falsch? Frag Nintendo. Ich sollte echt Nintendo fragen, ja. Das Schlimme ist, hier wäre jetzt, glaube ich, bald... Die Aufnahme, die Folge eigentlich vorbei. Aber ich war jetzt... Boah, ach, ach, ach. Ich werde... Ihr geht mir echt auf den Keks. Okay, das ist optional gut. Ich habe nämlich die Map hier nicht mehr komplett im Kopf von damals. Weil, ob sie... Wirklich? Super, Shy. Okay, then. Ich gestehe das nur ungern ein, aber du bist ein echt resistenter Fuck. Okay, then. Okay, then. Okay. Okay. Wer so nervenaufreibend ist. Okay. Dieses Pokémon lebt in goldenen dunklen Orten, infizierter Orten, viele Ultraschall. Du, du verdienst es. Du, du, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwas sagt mir, du gehörst hier hin. Und ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich will dich Platou nennen. Platou. Keine Ahnung, warum. Irgendwas in mir sagt ja. Ich meine, Jesus Christ. So ein penetrantes Zubat habe ich ja noch nie gesehen. Von daher... Oh, hey. Hey, Frankenstein-Typ. Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Und wir haben ne Peitsche. Okay. Okay. Ihr habt ne Peitsche. Und nen Sandern. Päf. Okay, es ist offenbar noch nicht effektiv. Also, okay, gut. Gorbel. Wobei, Killer Queen könnte das jetzt auch erledigen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Zubat jetzt die ganze Zeit mit erhobenem Mittelfinger durch die Höhle fliegt. Und sie denkt, ah, ihr Säcke. Mich hat er mitgenommen. Euch nicht. Haha. Haha. War vielleicht ein Fehler. Plato ist ein Zubat und Jesus Christ. Was sind hier nur Krit-Ratz-Fratz? Katschuppi. You can do it. Aber ich will immer noch einen Kleinstein. Immer noch, also... Werder-Dash. Alter. Level 12. Nice. Und nen Zubat nochmal. Gut, du bist schneller. Und nen Volltreffer. Katschuppi carried. Boah, zu viel Gepiepe gerade, ey. Jesus Christ. Oh, ich hab's verkackt. Gut, dass ich noch ein, zwei Tränke mit mir rumtrage. Tränke. So, much better. Ich hab keine Ahnung. Und dafür müsst ihr mich erinnern, welches Kabutops und welches Kabuterimon war, oder auch immer. I can't remember. Deswegen, ich werd wahrscheinlich irgendeins nehmen. Und denn, je nachdem. Also, ne. Wobei ich Kabutops, also Kabuto immer viel cooler fand. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Kabuto fand ich immer cooler. Aber ich fand auch Armonitas nicht schlecht. KP Plus. Cool. Nice. Das ist das KP Plus. Reich an Vitamin. Überhaupt nicht, äh, Chemikalien besetzt oder sowas. Noch einer von deiner Sorte. Ich dachte, ich hätte jetzt endlich mal klargestellt. Einer von euch kommt mit, der andere kennt. Fuck off. Das dumme Fossil. Ja, okay. Ich glaub, das kann ich mir merken. Dead. Ja, Katschupi macht hier ganze Arbeit. Ganze Arbeit hier. That's all the work. Fuck's all that, Zubat. Weißt du was? Fuck off. Just fuck off. Für ein Level 7 Zubat. Ne. Da haben wir die Mühe nicht. Level 9 ist wiederum was anderes. Puff. Ah, sehr schön. Bird Person kann das jetzt auch schon fast heilen. Kann das jetzt auch schon fast... Ja, der nimmt hier gar keinen Schaden durch den Blutsauger. Und Zubat ist... Okay, jetzt ist die Frage. Wen schmeiß ich zuerst raus? Bibor oder Zubat? Mein Golbert ist nachher Nightmare Fuel. Also, davon mal abgesehen. Das ist schon den... Mirabla. Okay, hi. Oh, shit. Absorber. Patissue. Okay. Und Knopfenser, ja. Knopfenser kriegen wir, glaube ich, auch noch hin, irgendwie. Knopfenser sieht so merkwürdig aus, ey. Knopfenser. Knopfenser. Wachst du. Digitation. Jetzt nehme ich dir erst recht, das dumme Fossil, weil ich will Kabuto haben. I like that, Kabuto. Kabutops ist cool. Das Ding schlitzt dich auf, wenn du ihm nicht gefällst. Denkst du einfach nur, alter, was willst du von mir? Ich hab fucking Sicheln als Hände. Ich bin ein Mord, der nur darauf wartet, zu passieren. Ich hoffe, das ist jetzt hier... I have no idea. Ich hab wirklich langsam den Sack dicht von euch Viechern. Bye, bye. Ah, okay. Hä? Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Hat ne Peitsche dabei, so ein Psycho. Oh, shit. Aber ein dickes Zublad. Ich hab damals als Kind immer gedacht, Wassergestein ist total übermächtig, weil... Ja, letzten Endes Wasser und Gestein, you know. Gedanken eines Kindes. Damals war alles broken. Damals war alles busted. Oh, gott, nein. Oh, gott, nein, rettern. Killer Queen. Brrrrrr. Ach, mag, Aquakschnarre. Wasser. Dancewater. Ja, gut, diesmal macht's ja kaum Schaden. Oh, ja. Wickel, ignoriert einfach mal deinen Move. Das ist, äh, this is fair. Giftstachel. Brrrr. Ein Damage. Washer. Retter. Ich mochte Retter irgendwie. Beziehungsweise, ich mochte auch Arbok. Und vor allem, das ist... Voll geheimer Äther. Wusste ich immer noch, dass es den gibt. TM1. Mega Heap, I think. Mega Heap. Wer von euch kann denn Mega Heap? Katschuppi. Okay, Katschuppi kann Mega Heap. Don't mess with Katschuppi. Äh. Wird passen. Killer Queen. Bokbombe. Gob, die Gobbel nicht. Wisst ihr, was wir behalten das erstmal? Derjenige, der es verdient hätte, wäre Killer Queen auf jeden Fall. Nein, ich habe keine heimlichen Favoriten oder so. Wie kommt ihr drauf? Ich will doch nur einen Kleinstein. Level 7. Get out of my sight, you trash panda. Ich will doch nur einen Kleinstein. Ich möchte doch nur einen kleinen Stein. Is this too much? Is this too much for you? Is this too much to ask? Werde ich hier von so einem T-Nager angegriffen? Wir haben damals alle T-Nager gesagt. Hört auf, es zu leugnen. Wow, Krat-Dash. Okay. Sehr schön. Ich überlebe. Bird Person lives. Killer Queen. You can do it. Das war, dass ich jetzt doch noch Wasserattacken drauf habe. Ist irgendwo erstaunlich. Ich habe immer gedacht, boah. Jetzt mit Bieserknödel an meiner Seite. Das wird eine echte harte Zeit. Aber nee. Killer Queen. Es kommt an. Und ist echt so ein kleiner Savior. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Aber wir waren alle nie so cool wie der Teenager auf dem Sprite. Oh ja. Der, er war der. Ich meine, checkt. Ihr checkt him out. Ich meine, er hat... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. t Untertitelung des ZDF, 2020